Yo Freunde der Vergeekten Warzone Lobbys, seid gegrüßt heute hier ein gediegenes Ründchen in Warzone. Heute gehts mal wieder rein mit der PKM, die irgendwie kaum jemand spielt, aber das Ding eigentlich so böse ist. Ich habe mal die Klasse 1 im Blenden, könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr noch Bock habt. Und ja, ich hoffe es unterhält euch ein bisschen. Genugelarbeit, let's go. Alle Seelust, zwei Stück? Ja. Dann kommen wir gleich rein. Zwei hab ich down. Ja, das war nochmals gesucht. Er ist so tot, ihr weißt es nur noch nicht. Meist gut. Wie lange geht der? Der ist hier hinter. Sheet broke im Fenster. Wurde sie mich sehen? Nein. Wo, über uns? Da, wo ich da war. Boah. Nur nix. Ziel ausgescheitelt! In jedem Fall, komm. Links ist ein Truck ausgestiegt. Wollen wir ein Sniper, Digga? Wollen wir ein Sniper, Digga? Nein. Die snipen. Die snipen. Vorsicht. Oh, ich hab beide. Big top, big top, big top. Oh, ich bin so am Arsch, Digga. Echt'n Shot. Von links werde ich angelegt. Mach Tür auf, mach Tür auf, mach Tür auf. Wir müssen aufpassen, die können von you. Was machen die bei Big top? Ach, kann doch nicht sein. Anders Schildbreak hier rein. Der ist auf einer Schildbreak. Ich hab' die da. Worte ich. Ich seh' nicht. Ich seh' nicht. Ach so. Ja, ich hab' ein Geräusch. Ja, wenn ich bei der Rufe niemand verboden die Art und bisschen Stress machen. Stress machen willst du? Nutz' auch ne Ton, ne? Komm mit in hier drin. Boah, hab' den. Ja, das hat sich aber gelohnt. Hö' auf Stress gemacht. Nein, das ist wieder Stress. Markier mal, markier mal, markier mal. Oh, Back, 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 Back. Ah, okay, das ist so viel Stress. Wir werden alle überfahren. Schade. Mit dem Stein. Boah, haben wir die wieder weggebiebt, ey. Die sind hier bei mir. Bist du oben? Hab ihn. Das Gas nähert sich hier. Was soll der? Boah, voll schön. Guck mal, hier mit dem Kamin und so. Oder cool, wenn nicht. Oh, wenn die hier Endzone... Wenn die Endzone hier hat... Schiebbrecht. Over. Ey, da die Aussicht ist. Von hier müssen wir doch normalerweise seitlich auf... Ja, stimmt. Sollte sich hier rausgehen. Schön mit Anlauf, genau. Perfekt, ey. Ja, ich hole gesniped. Entdeckung. Bring es zu Ende. Ja, schön. Ja, wohl jetzt mal. Geh mal Geld, ich verplatte. Ne, 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 ich hab eh... Oh nein, hab' nicht getan. Nein. Nein, nein. Werge. Otto... Boah, da kam Otto runtergejumpt. Da ging das los. Ja, da kommt der LKW auch nicht. Ich muss mal sagen, wenn zwei sich freuen... Äh, wenn zwei sich freuen, dann... Verstreitet sich der dritte... Äh, wenn zwei sich trennen. Oh mein Gott. Oh, Helikopter. Wer ist da oben? Da? Da? Das Gas verbreitet. Neue Sicherheitszone. Neue Sicherheitszone. Häh. Heißt hier, der Präzisionsluftschlag. Eine... Los geht's! Wir ist STRIKER 3-1. Alles... Ja, das kommt leer. Neue Sicherheitszone wird markiert. Yes. Kannst du nicht hier oben wieder bei? Pass auf, der kommt hier hoch gleich. Der kommt hier hoch. Bei mir. Ja. Das ist ein zweites. Er ist in der Erde. Ne, er ist verpackt. Er ist in der Wand. Na, versuch herzlichen. So, ein Lapp. Komm hier schon mit dem Auto. Alter, da hacken die? Oh mein Gott. Pass auf, die Kamera. Ich bin das Lolli. Ja, 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 ja. Von hinten. Von hinten. In allen Häusern, Lüger, rundherum. Das habe ich noch nie gesehen. Okay, mal Geld holen. Äh, in die Scheune oben. Nein. Ja, Alter, wie schnell. In jedem Haus zu sein. Das war's. Ja, boxt mich. Das ist so lächerlich. Also, ey. Digga, ich habe ihn noch gehütet. Ja, wie kann er nicht? Ich sehe ihn nicht, aber er sieht mich. Es ist so geil. Ohne alles. Ich bin schon Stunden um die Ecke, ihr. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Ach, wie er wieder nicht angezeigt wird. Es ist, dieses Spiel ist der letzte Schiss. Hier mal hinten gelandet. Oh, das war ein Fall schon. Ach, hier bei mir drin sind welche. Ja, er gibt mich. Alter, wie. Ja, der muss mich doch Kilometer weit schon gehört haben. Alter, ihr hört mich. Das ist so lächerlich, das Spiel. Nimm. Ey, ey. Ich bin. Er hört mich so weit weg. Ich höre die Leute nie, wenn ihr direkt hinter mir steht. Was hat er für eine Waffe? Ich habe ihn doch nie so einen lächerlichen Tod bekommen. Das, Alter, das Ding ja. Gibt's nicht. Ja, klar. Na klar. Und ich sterbe jedes Mal. Ich sterbe jedes Mal. So ein Ding einfach nur in die Schulter bekommen, ist das so lächerlich. Ich habe einen, ich habe einen. Er ist der B-Direct, ich weiß nicht, wo der war. Wo kommen denn die auf einmal her? Er probiert, der B-Direct. Ja, wahrscheinlich. Ach, genau, wo er mir hinsch. Ach, ist das lächerlich. Er schießt mir irgendwie in die Schulter. Ich bin direkt. No. Der kann nicht mal in der Shop rein gehen. Ja, aber der war da auch im Kopf, oder? Der war da auch lächerlich, das Spiel. Wie schnell ich tot bin. Ich habe keine Chance, in irgendeinem Turn-On oder sonst was zu gehen. Ja, er hopp dahinter. Mann! Das ist so Bullshit. Ohne willst du das? Kannst du keinem erzählen? Wie kann das sein? Alter, da geht kein Hit bei ihm rein. Jo, ah, 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 ah. Ja, was denn? Der war gut. Eigentlich auch nichts. Der war tatsächlich gut. Auch wenn ich eigentlich beim Rutschen war und er mich, ich weiß nicht, hat auch wieder ein anderes Spiel, wenn ich mich da jetzt nicht vorguckt habe. Ich war beim Rutschen, dann wurde ich gehittet. Bei ihm war ich eine Ficke irgendwo noch beim Laufen. Sehr gut. Mann, wie kann denn das passieren? Durch den Zaun schießen? Ja, klar, er schießt so... Er hat nicht mal Damage bekommen, ey. Ich habe kein Outro eben durch den Zaun... Ja, er kriegt nicht mal Schaden durch den Zaun. Was? Aber er kann mich durch den Schaden kaputt machen, oder was? Ist das so... Dieses Spiel ist so lächerlich. Was? Was? Wo? Was schluckt der? Ja, klar. Lächerlich, lächerlich, lächerlich. Ist, fuck, lächerlich und nixig. Ja, es ist... Es ist noch nicht vorbei. Ziele sind markiert. An die Arbeit. Ja, komm. Warte da. Der fliegt weiter. Uwe, da kommst du dir. Habt ihr den? Ach, nee, warum? Ich habe keinen gebrochen. Bei mir ist einer. Ach, hier. Ach, Uwe, da kommt jemand rein. Ich komme, ich komme schnell runter. Ich komme schnell runter. Ich muss nur eine PPS aufheben. Dann bin ich gleich klar. Ich komme. Lächer, da wo Uwe hinguckt. Ja. Einen habe ich. Da, wo ich hingucke. Das Gas breitet sich aus. Der hat sich wieder geholt. Mein Shitrake. Das ist den hier machen. Ah, oh. Wo denn? Da, hinten. Himmel? Der hat sich wieder geholt. Sind wir echt noch drinnen? Da, hinten. Da bin ich schon, nur. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verliehen. Die fälten jetzt ab. Also, ich gucke hier gerade zu. Wir müssen ein bisschen weiter rechts gucken. Noch einer lebt. Wieso? Ich, ich. Ich gucke hier.